Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Hier die Technik-News der Kalenderwoche 41-2018. Die RX 570 und 580 wird nochmal neu aufgelegt. Also die 570 und 580 ist ja schon eine Neuauflage der 470 und 480. Und jetzt soll nochmal eine Neuauflage kommen in einem anderen Fertigungsverfahren, als vermutlich 680 und 670, ist man noch nicht sicher. Ein anderes Gerücht sagt, die wird dann RX 590 heißen, also nur eine kommt, also nur eine verbesserte RX 580. Das weiß man nicht so ganz, das hat alles Gerüchte, aber welche Gerüchte halt ziemlich eindeutig sind, ja, dass die Karten halt nochmal neu aufgelegt erscheinen werden, dann vermutlich mit mehr Takt bzw. niedrigeren Stromverbrauch oder halt auch einfach günstiger. Also die Gründe dafür, dass sie wieder neu aufgelegt werden, sind dann das neue Fertigungsverfahren, mit dem es dann wahrscheinlich günstiger ist zu fertigen. Also in den kommenden Wochen könnten dann schon neue AMD-Karten erscheinen bzw. neue alte AMD-Karten erscheinen. Es sind ja wieder mehrere Fake-Grafikkarten im Umlauf, gut es sind immer Fake-Grafikkarten im Umlauf, jetzt aber scheinbar wieder vermehrt auf Ebay gefälschte GTX 1060. Deswegen gibt es jetzt bei GPU-Z eine Neuerung, GPU-Z benutzen ja sehr viele, die Fake-Grafikkarten identifizieren können. Also es gab ja bei den Fake-Grafikkarten, wenn man da in GPU-Z reinguckt, sieht das sowieso ein bisschen komisch aus. Die Shader-Einheiten oder sonstiges Zeug haben überhaupt nicht mit dem Namen übereingestimmt und deswegen wurde jetzt hinzugefügt, dass wenn eine Grafikkarte ein Fake ist, wird beim Namen in Klammer Fake reingeschrieben. Also GPU-Z kann dann erkennen, ob es sich bei der Grafikkarte um ein Fake handelt. Die neuen Intel-Prozessoren kommen ja in den nächsten Tagen und deswegen hat Intel eine Agentur beauftragt, Benchmarks zu erstellen von den neuen Intel-Prozessoren und sie ein bisschen zu vergleichen mit den AMD-Prozessoren. Und es gab einen ordentlichen Shitstorm, denn diejenigen, die das getestet haben, also es war nicht Intel selber, es war eine externe Agentur, bei den Einstellungen, wie die es gemacht haben, kann sich jeder Reviewer und Benchmarker einfach nur an den Kopf langen. Das ist deswegen aufgeflogen, weil die neue i9-9900K für die Plattform 1151, das ist der Achtkerner, ungefähr 50% schneller sein soll, also 2700X. Ja, man weiß, dass Intel ein bisschen schneller ist, pro Takt ist dann ein paar Prozent dazwischen, außerdem kann er noch mehr takten, allerdings 50%, das wäre wirklich zu viel. Und sie haben einfach total falsche Testmethoden benutzt. Zum Beispiel, der Arbeitsspeicher war verschieden, bei Intel waren es 2666 MHz, aber ohne XMP-Profil, das heißt, die Latenzen wurden anders angezogen, bei AMD waren es 2933 MHz mit XMP-Profil und vier Stück, darunter können auch die Latenzen leiden, wenn es vier Stück sind, dass man es dann nicht so scharf einstellen kann. Was wurden noch gemacht? Verschiedene Kühler wurden benutzt, bei AMD wurde der Wave Spire benutzt, oder halt der Wave Kühler, der mitgelieferte, und bei Intel wurde ein großer Noctua Kühler benutzt, ich glaube, so ziemlich der größte Noctua, der natürlich viel, viel stärker ist, auch das verzerrte Testergebnis. Das größte Verzehren des Testergebnisses war, dass sie beim AMD-Prozessor einfach, den haben sie im Game-Modus laufen lassen, und beim Game-Modus werden vier Kerne deaktiviert. Ja, also hat man quasi einen Achtkerner mit nur vier aktivierten Kernen gegen einen Achtkerner antreten lassen. Außerdem wurde noch eine Einstellung vorgenommen am Intel-Prozessor, die man noch extra aktivieren muss, also wo so ein Auslieferungszustand nicht funktioniert, damit alle Kerne auf 8 GHz laufen. Das tut er nämlich normalerweise nicht. Als der Shitstorm dann da war, hat man es dann nochmal getestet. Und diesmal war der Unterschied gar nicht mehr so groß, aber wiederum ein bisschen zu klein, denn die netten Menschen von dort haben gemein, die Spiele auf Full HD auf den höchsten Grafikeinstellungen teilweise zu testen. Also teilweise hat man bei einem Prozessortest die Grafikkarte ins Limit rennen lassen, was gar keinen Sinn macht. Normalerweise, wenn man einen Prozessor testet, so mache ich es immer, so machen es die meisten auch, stellen 720p ein, machen Anti-Aliasing aus und so weiter, weil es ja alles nichts mit dem Prozessor zu tun hat. Und dann testet man es so, damit man halt ja nicht ins GPU-Limit reinrennt. Und da ist es scheinbar ein paar Mal passiert. Klar, der Intel ist trotzdem besser vom Test her. Das weiß man natürlich auch, dass der 9900K besser als ein 2700X ist. Kostet natürlich auch mehr. Aber da war es auch wieder ein bisschen zu wenig. Also das mit den Benchmarken, das sollten die lieber Leuten überlassen, die das auch wirklich können. Es gibt jetzt bald neuen DDR4-Arbeitsspeicher, Double Capacity-Arbeitsspeicher. Der ist doppelt so hoch und deswegen kann man dann auch doppelt so viele Chips drauf verbauen. Also sind dann 32GB-Module möglich und wahrscheinlich 32GB-Module möglich, ohne dass sie sonderlich teuer sind, beziehungsweise einen sonderlichen Aufpreis haben gegenüber zwei 16GB-Riegel. Weil müsste man 32GB nur auf dem normalen Tim verbauen, dann wäre das äußerst teuer. So funktioniert es einfach so, indem man einfach die doppelte Anzahl von Chips nimmt. Und ja, Double Capacity-Arbeitsspeicher wird dann demnächst herauskommen. Die Sache ist, es wird nicht von jedem Mainboard unterstützt. Es gibt aber technische Veränderungen. Der DDR4-Arbeitsspeicher hat ein anderes Pinout, weswegen er auch vom Mainboard dann unterstützt werden muss. Also das heißt, man kann jetzt nicht einfach aus seinem alten Mainboard das einstecken oder so ein Speicherkopf einstecken. Das würde dann vermutlich nicht funktionieren. Es gibt schon eine kleine Liste, wo man sehen kann, welcher Arbeitsspeicher von welchem Mainboard unterstützt wird. Die ist aber recht kurz. Also bisher sind nur einige Asus-Boards angegeben. Nichtsdestotrotz, für die meisten ist es sehr uninteressant, da es sehr Arbeitsspeicher ist, für Leute, die sehr, sehr viel Arbeitsspeicher brauchen. Aber ansonsten ist es eigentlich auch ein ziemlich interessanter Arbeitsspeicher, denn der hat die Samsung B-Dice, jedenfalls der von G-Skill. Und G-Skill hat versprochen, dass dieser sich auch sehr gut übertakten lässt. Also trotz, dass es quasi so ein neuer Arbeitsspeicher, beziehungsweise dass die doppelte Anzahl an Modulen drauf ist, soll es sich scheinbar immer noch extrem gut übertakten lassen, was ich eigentlich ziemlich positiv finde. Wie gesagt, für die meisten, für uns wird es uninteressant sein, da die meisten sowieso nicht so viele Arbeitsspeicher brauchen. Aber ein paar können das bestimmt gebrauchen. Apple hat in ihren neuen MacBooks eine Technologie für eine Fremdreparatursperre drin, die allerdings noch nicht aktiv ist. Diese Sperre könnte so funktionieren, wenn man ein Teil austauscht, zum Beispiel man nimmt einen Monitor aus einem alten MacBook. Also man hat einen kaputten Monitor und nimmt dann einen Monitor aus einem Schlachter-MacBook, möchte den einbauen und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. So lange, bis das Apple Service Toolkit 2 ausgeführt wird. Und da kommen halt normale Menschen natürlich nicht ran an dieses Toolkit. und Apple wird einem auch nicht sowas freischalten lassen, also wenn man es selber repariert, dass es dann so freigeschaltet wird. Deswegen ist es ziemlich, ja, ich hoffe, Apple wird es nicht aktivieren, was sie da verbaut haben, aber wenn sie es aktivieren, dann kann man quasi MacBooks so gut wie gar nicht mehr selber reparieren. Selbst wenn man die Teile dafür besorgen kann, man könnte es dann nicht mehr reparieren, was ich, naja, ziemlich scheiße finde, denn man kennt ja die Preise von den Apple Service Partnern beziehungsweise von Apple selber, was die Reparaturen angeht. Und die letzte News für heute, AMD bringt neue Prozessoren heraus, neue Threadweaver Prozessoren, Zwischenmodelle, der 2970 WX mit 24 Kernen und der 2920 X mit 12 Kernen. Die sind dann natürlich auch entsprechend günstiger als ihre größeren Brüder. Außerdem bringt AMD noch eine neue Software. Mit dieser Software werden die Threads besser verteilt auf die Kerne, weil das Problem ist bei den Prozessoren, dass manche Kerne haben direkten Zugriff auf den Speicher und manche Kerne haben nur Zugriff über die Infinity Fabric auf den Speicher und Programme, die von einem schnellen Speicherzugriff profitieren, sollen dann auf den Kern ausgeführt werden, die auch direkten Speicherzugriff haben. Das soll dann nochmal die Performance erhöhen. Der Threadweaver 2970 WX hat 24 Kerne, 48 Threads, taktet mit 3,0 GHz und hat einen Turbo von bis zu 4,2 GHz. Mit einer TDP von 250 Watt und die UVP ist 1300 Dollar. Der 2920 X hat 12 Kerne, 24 Threads, 3,5 GHz Standard, 4,3 GHz maximaler Boost, eine TDP von 180 Watt und eine Preisempfehlung von 649 Dollar. Das war es dann aber auch mit den Technos für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Außerdem, ich habe jetzt auch nochmal Werbung. Und zwar diesmal hier mein T-Shirt. Ich habe jetzt T-Shirts von mir. Das ist das T-Shirt jetzt in der ersten Version. Zukünftige T-Shirts werden vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber das ist jetzt in der ersten Version. Das geht es bei mir im Shop zu kaufen für 7,49 Euro, wenn ich mich nicht irre. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.